So liebe Freunde ich bin hier auf dem Zahntubenweg unterwegs. Ich will euch mal zeigen was ein Zahntubenweg bedeutet. So also ihr seht jetzt hier auf meiner Satteltasche die Fundstücke vom Zahntubenweg. Zwei habe ich gestern schon entsorgt von sogenannten Supersportlern wo sich also hier anscheinend voll den Power reinhauen müssen, dass sie da diesen lümeligen Feldweg da bezwingen können und wenn man das Leergast soffen hat, dann kann man sich diese kleine Packung nicht wieder in der Hosen-Sack stecken, sondern man muss sie einfach auf den Weg schmeißen. Und wir zählen jetzt einfach mal durch. Das ist also jetzt 1, 2, 3, 4, das ist Papier, Sommer 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 und 12 habe ich gestern schon entsorgt. Plus dieses kleine Säckchen was in der Wiese gelandet war weiß ich was das ist. Nehmen wir auch noch mit. Muss ich also sagen, richtig klasse Sportler. Richtig klasse Sportler. Ich weiß nicht was ihr für Kerl seid. Pfui Teufel.